Musik Herzlich Willkommen zu unserem digitalen Adventskalender der Stadt Burma. Engagierte Menschen haben mit viel Freude ihre Ideen hinter den einzelnen Türchen versteckt. 24 sind es an der Zahl. Ich lade Sie ein, die nächsten Fenster mit Spannung und Vorfreude zu öffnen. Sie finden diesen Kalender online auf der Internetseite der Stadt Burma und Sie können gern einen Beitrag als Adventsgruß an Ihre Lieben und Freunde in nah und fern verschicken. Diese kleinen Überraschungen sollen Sie in der Vorweihnachtszeit erfreuen, berühren oder anregen. Vielleicht besuchen Sie unseren Weihnachtsmarkt und treffen sich dort mal mit Freunden, Kollegen oder ganz in Familie spontan auf einem Glühwein, verbunden mit einem freundlichen Gespräch. Und noch ein Hinweis. An den Wochenenden verkaufen Mitglieder des Gewerbevereins, wie bereits in den vergangenen Jahren, den Glühwein für einen guten Zweck. Ihnen allen wünsche ich eine schöne Adventszeit. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ihr Oliver Oberen Das war so. Vielen Dank.